Das Ministerium für Staatssicherheit der DDR, meist unter dem Kurzwort Stasi für Staatssicherheitsdienst bekannt, war der Nachrichtendienst und in erster Linie die Geheimpolizei der DDR, die ohne parlamentarische und verwaltungsjuristische Kontrolle Verhaftungen vornahm, teils unter Foltergeständnisse erzwang und theatralisch inszenierte Schauprozesse nebst Urteilen vorbereitete. Das MFS war innenpolitisch vor allem ein Unterdrückungs- und Überwachungsinstrument, der SED zur Bespitzelung und Überwachung der DDR-Bevölkerung, das dem Machterhalt diente. Dabei setzte es als Mittel Observation, Einschüchterung, Terror, Mord und zur Bekämpfung politischen Widerstands die sogenannte Zersetzung gegen Oppositionelle und Regimekritiker ein. Als gefährlichste Gruppe galten die verfestigt feindlich negativen Personen, die in 17 Stasi-Untersuchungshaftanstalten besonders streng bewacht wurden, um öffentlichkeitswirksame Aktionen zu verhindern. Für die Auslandsspionage, Desinformation und verdeckte Einwirkung im westlichen Ausland, besonders der damaligen Bundesrepublik Deutschland, war die Hauptverwaltung Aufklärung zuständig. Das MFS wurde am 8. Februar 1950 gegründet und bis 1952 direkt vom sowjetischen In- und Auslandsgeheimdienst KGB geführt. Der Stasi-Apparat war ein weit verzweigtes, personalstarkes Instrument repressiver Gewalt und unterhielt bis 1989 etwa 91.000 hauptamtliche Mitarbeiter mit militärischen Dienstgraden und rund 200.000 inoffizielle Mitarbeiter ohne Dienstverhältnis, die aus allen Bevölkerungskreisen, teilweise mit Druckmitteln, als Spitzel angeworben wurden. Die hauptamtlichen Mitarbeiter sahen sich selbst als Elite, die in der Tradition der sowjetrussischen Geheimpolizei Tchikar die DDR unerbittlich und mit Hass gegen deren Feinde verteidigen sollte. Das MFS hatte eine eigene militärische operative Truppe, die 1990 etwa 11.000 Mann stark war, das Wachregiment Felix Dscherzynski. Neben dem MFS gab es auch einen weiteren Nachrichtendienst in der DDR. Die militärische Aufklärung der Nationalen Volksarmee mit Sitz in Berlin-Köpenick. Die Verwaltung Aufklärung wurde ebenso wie die Grenztruppen und die restliche NVA durch die Hauptabteilung I kontrolliert. In den 1980er Jahren bildete die Stasi wiederholt Terroristen der Rote Armee Fraktion im Umgang mit Waffen und Sprengstoffen aus. Bei den Festnahmen seit langem gesuchter RAF-Terroristen in der DDR im Juni 1990 offenbarten sich die engen Verbindungen der Stasi zu international gesuchten Terroristen. Geschichte Das Ministerium für Staatssicherheit baute bei seiner Gründung am 8. Februar 1950 auf zwei Vorgängerorganisationen sowjetischer Prägung auf. Das Innenministerium der UdSSR und das damalige sowjetische Ministerium für Staatssicherheit KGB installierten unter Loren Tiberie eine Reihe von selbstständigen, umfangreichen Nachrichtendienstlich und polizeilich aktiven Apparaten in der sowjetischen Besatzungszone. Ihr Leiter war zunächst der sowjetische Generalobast Ivana. Zero Ab 1946 Nikolai K. Kowalczuk Die Kommunistische Partei Deutschlands hatte bald nach der Ankunft der Moskauer KPD-Kader eine parteipolitische Abteilung und einen Grenzapparatverkehr aufgebaut, die einem Nachrichtendienst gleich kamen. Im August 1946 gründete die aus der Zwangsvereinigung von SPD und KPD hervorgegangene SED die deutsche Verwaltung des Inneren, die zunächst von Erich Reschke ab 1948 durch den ehemaligen Agenten der sowjetischen Militärspionage Kurt Fischer geleitet wurde. Die DVDI hatte ein K5-Referat für die sogenannte Kriminalpolizei 5 kurz K5. K5-Abteilungen waren vor Ort für Straftatenklasse V, die H. Straftaten anderer Art zuständig. Auf Länderebene führten die K5-Abteilungen geheimdienstliche Operationen und Aufgaben durch die H. Sie waren Teil der politischen Polizei. Sie waren U. A. dazu eingerichtet worden, die von der Besatzungsmacht geforderte rasche Entnazifizierung voranzutreiben, indem sie quer über die Besatzungszone ehemalige nationalsozialistische Funktionäre ausloteten und der Justiz zur schnellen Aburteilung zu führten. Von Anfang an übten Mitarbeiter des K5 aber auch andere Aufgaben gemäß Kontrollratsgesetz Nummer 10 aus, wie die Bearbeitung von Attentaten auf Personen des öffentlichen Lebens, Sabotage am Aufbau, die Bekämpfung von Verbreitung von antidemokratischen Hetzparolen und Gerüchten, Überwachung von Funk- und Fernsprechgeräten und sonstige Verstöße gegen den demokratischen Aufbau und damit eine Oberaufsicht über die deutsche Polizei, die Verwaltung, die Justiz und das erwachende öffentliche Leben in Gewerkschaften, Schulen und Kirchen USW. Ab 1948 vereinheitlichte das K5-Referat des DVDI die bislang föderal organisierte Kriminalpolizei und die dazugehörende K5 auch auf der Ebene der Landeskriminalämter und Kriminalkommissariate 5 der lokalen Polizeidienststellen. Die K5 wurde nach Walter Ulbrichts Vorsprache bei Josef Stalin mit seiner Zustimmung ein selbstständiges Organ und bei der Gründung der DDR 1949 als Hauptverwaltung zum Schutze der Volkswirtschaft bekannt. Der Personalbestand der Hauptverwaltung zum Schutze der Volkswirtschaft stieg von 160 Mitarbeitern 1946 rapide auf 700 Mitarbeiter im April 1948 an. Gründung und Aufbau In den 1950er Jahren konnte sich die Stasi als stalinistische Geheimpolizei etablieren und zählte 1956 bereits rund 16.000 Mitarbeiter. Die Grundlage für den Aufbau einer eigenständigen Geheimpolizei legte das Politbüro der KPDSU am 28. Dezember 1948 mit dem Beschluss zur Bildung der Hauptverwaltung zum Schutz der Volkswirtschaft. Mit diesem Beschluss konnten sich Walter Ulbricht, Wilhelm Pieck und Otto Grote wohl gegen die Befürchtungen des sowjetischen Ministers für Staatssicherheit Viktor Abakumov durchsetzen, der wegen der Wirkung dieses Beschlusses auf die Westalliierten besorgt war. Am 24. Januar 1950 fasste das Politbüro der SED den Beschluss zur Bildung des MFS. Zwei Tage später empfahl die Regierung der DDR parallel zum eigenen Beschluss über die Abwehr von Sabotage ebenfalls die Bildung des MFS. Am 8. Februar 1950 bestätigte die Volkskammer der DDR einstimmig das Gesetz über die Bildung eines Ministeriums für Staatssicherheit. Eine Kontrolle des neu geschaffenen Ministeriums durch Parlament oder Ministerrat war im Gesetz nicht vorgesehen. Als Leiter wurde acht Tage später Wilhelm Zeisser eingesetzt. Erich Mielke war sein Stellvertreter im Range eines Staatssekretärs. Bis Ende des Jahres beschäftigte das neu gegründete Ministerium bereits rund 2700 Mitarbeiter. Im Zuge der Verwaltungsreform von 1952 wurden die fünf MFS-Länderverwaltungen aufgelöst und stattdessen 14 Bezirksverwaltungen eingerichtet. Die 1951 gegründete Objektverwaltung Wismut blieb bestehen. Ferner war der Aufbau eines Netzes von zunächst 192, später 216 Objekt- und Kreisdienststellen geplant. Die Deutsche Grenzpolizei und die Transportpolizei wurden dem Ministerium für Staatssicherheit unterstellt. Die Verwaltungsreform und die Verschärfung des Klassenkampfes führten zu einer Verdopplung des Apparates von 4500 auf rund 8800 Mitarbeiter. Volksaufstand vom 17. Nachdem das MFS bei der Früherkennung und Unterdrückung der sogenannten Zusammenrottungen des Volksaufstandes am 17. Juni 1953 aus Sicht des Politbüros versagt hatte, wurde das Ministerium am 23. Juli 1953 zum Staatssekretariat für Staatssicherheit zurückgestuft und dem Ministerium des Innern der DDR unter Willi Stoff unterstellt. Erst am 24. November 1955 erhielt es wieder Ministeriumsrang und bekam den Hauptverwaltungaufklärung genannten Auslandsnachrichtendienst zugeordnet. In Folge dessen wurde der seit 8. Februar 1950 amtierende Minister für Staatssicherheit Wilhelm Zeisser wegen parteifeindlicher fraktioneller Tätigkeit seines Ministerpostens enthoben, aus dem Zentralkomitee der SED und ein Jahr später auch aus der SED ausgeschlossen. Auch der stellvertretende Minister Erich Mielke musste sich einer Überprüfung seiner Amtsführung unterziehen, durfte seinen Posten jedoch behalten. Leiter des SFS und dann Minister des MFS wurde Ernst Wollweber. Eine wesentliche Rolle kam dem MFS jedoch bei der Ermittlung und Verhaftung der sogenannten Redelsführer und westlichen Provokateuren zu. So wurden durch MFS und Volkspolizei bis zum Abend des 22. Juni 1953 über 6000 Personen festgenommen. Während der gesamten 1950er Jahre wurden in zahlreichen Säuberungen Parteimitglieder verhaftet, die während der Zeit des Nationalsozialismus in westliche Länder emigriert waren. Auch andere SED-Mitglieder wurden Opfer dieser Aktionen. Zu den prominentesten Opfern der stalinistischen Parteisäuberungen in der DDR gehörten Kurt Müller, Willi Kraikemeier, Paul Merker, Max Fechner, Karl Hammann und Georg Dertinger. Zudem entführte das MFS in den 1950er Jahren im Zuge diverser Verhaftungsaktionen gegen feindliche Agenten etwa 600 bis 700 Personen aus dem Westen. In die DDR, eine kurze Phase der Entstalinisierung führte im Sommer 1956 zur vorzeitigen Entlassung von 25.000 Häftlingen. Darunter auch zahlreiche politische Gefangene. Auch die bis dahin gängige Folterpraxis stand intern zur Diskussion. Doch bereits nach dem Volksaufstand in Ungarn 1956 folgte eine weitere Welle der Repression. Der mit Wolfgang Harig und Walter Janka auch prominente Kommunisten zum Opfer fielen. Auch Wollweber geriet in offenen Konflikt mit Walter Ulbricht. Auf dessen Anordnung wurde Wollweber 1957 durch seinen Stellvertreter Mielke ersetzt. Dieser leitete das MFS bis zum 7. November 1989, dem Tag des Rücktritts des Ministerrats der DDR zur Wende. Die inneren Unruhen in Polen und Ungarn sowie die kritischen Äußerungen von Parteiintellektuellen führten zu einem neuerlichen Kurswechsel innerhalb des MFS. So lag der Fokus nun vermehrt auf der Repression gegenüber inneren oppositionellen Kräften. Dies spiegelte sich auch in der Doktrin der politisch-ideologischen Diversion wider. Die alle Formen innerer Opposition auf den Einfluss des imperialistischen Feindes zurückführte und zugleich die wachsende Präsenz der Staatssicherheit in allen Alltagsbereichen begründete. Begünstigt wurde dies durch den Mauerbau, der ein Abwandern von Oppositionellen verhinderte. Lagen die Hauptaufgaben des MFS vor dem Mauerbau in der Bekämpfung westlicher Geheimdienste sowie der Fluchtbewegung. So sollte das MFS künftig vermehrt präventiv potenzielle Unruheherde erkennen. Als erste Bewährungsprobe für den neu ausgerichteten Apparat erwies sich der Prager Frühling. Im Mai 1971 wurde Walter Ulbricht durch Erich Honecker gestürzt. Im Zuge dessen wurde der Minister für Staatssicherheit Erich Mielke zunächst zum Kandidaten. Fünf Jahre später auch zum stimmberechtigten Mitglied des Politbüros gewählt. Entscheidende Fragen der MFS-Tätigkeit berieten beide jedoch in wöchentlichen Vier-Augen-Gesprächen. Seit den frühen 1970er Jahren war die DDR verstärkt um eine internationale Anerkennung und deutsch-deutsche Annäherung bemüht. Dies führte auch zu Änderungen in den Methoden der Staatssicherheit. Da die DDR sowohl im Grundlagenvertrag mit der Bundesrepublik Deutschland als auch mit dem Beitritt zur UN-Charta und der Unterzeichnung der KSZT-Schlusssakte die Absicht zur Achtung der Menschenrechte bekundet hatte, versuchte das MFS vermehrt oppositionelles Verhalten ohne Anwendung des Strafrechtes zu sanktionieren und stattdessen auf weiche und leise Formen der Repression wie beispielsweise Zersetzungsmaßnahmen zurückzugreifen. Hierfür war eine systematische und flächendeckende Überwachung unter Einsatz von bis zu 200.000 inoffiziellen Mitarbeitern erforderlich. Ob durch Strafverfolgung, Auslands- und Technologiespionage als Stimmungsbarometer, Zensurbehörde, zur Umgehung von Handelsembargos oder zur Devisenbeschaffung durch Haftarbeit und Häftlingsfreikauf, das MFS wurde zur Allzweckwaffe der SED-Diktatur und erlangte somit eine Schlüsselfunktion im Herrschaftssystem der DDR. Am 17. November 1989 wählte die Volkskammer der DDR einen neuen Ministerrat. Das MFS wurde in Amt für nationale Sicherheit umbenannt, dessen Leiter Wolfgang Schwanitz, der bisherige Stellvertreter von Erich Mielke, wurde. Mit der Umwandlung war auch eine Verkleinerung des Apparates geplant, wozu es jedoch nicht mehr kam. Nur 17 Tage später, am Morgen des 4. Dezember 1989, wurde die Bezirksstelle des AFNS in Erfurt von Bürgern besetzt, nachdem bekannt geworden war, dass die Stasi-Akten vernichtet werden sollten. Am Abend desselben Tages wurden Dienststellen in Leipzig und Rostock besetzt. Besetzungen in den anderen Bezirksstädten und zuletzt am 15. Januar 1990 in der Berliner Zentrale folgten. Es kam teilweise zu chaotischen Zuständen. Mit der Einrichtung von Bürgerwachen und Bürgerkomitees begann die erzwungene Auflösung des AFNS und die Aufarbeitung der Tätigkeit des MFS. Knapp einen Monat nach der Gründung des Amtes für nationale Sicherheit beschloss der Ministerrat am 14. Dezember 1989 dessen Auflösung. Stattdessen war geplant, es in offensichtlicher Anlehnung an die Nachrichtendienststrukturen in der Bundesrepublik Deutschland durch einen Verfassungsschutz mit nur noch rund 10.000 Mitarbeitern und einen Nachrichtendienst zu ersetzen. Dazu kam es jedoch wegen der Bürgerproteste nicht. Am 13. Januar 1990 beschloss der Ministerrat, auf einen Verfassungsschutz zu verzichten. Am 23. Februar 1990 billigte der Runde Tisch die Selbstauflösung der Auslandsaufklärung des MFS, der sogenannten Hauptverwaltungaufklärung, kurz HVA. Nach zwei Wochen Diskussion wurde am 26. Februar die Vernichtung fast aller Akten und Datenträger der HVA beschlossen. Trotzdem gelangten die Mob-Karteien unter ungeklärten Umständen 1990 in die Hände der CIA. Sie wurden später unter dem Namen Rosenholz-Dateien bekannt und der Bundesregierung kopiert überlassen. Zum 31. März 1990 waren alle Mitarbeiter der Stasi entlassen. Dennoch hatten einige hundert befristete Arbeitsverträge erhalten, um die Institution weiter abzuwickeln. Schließlich empfahl der Ministerrat am 16. Mai 1990 einen Sonderausschuss Auflösung des MFS zu bilden. Aus dem eineinhalb Jahre später die Behörde des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR wurde. Nach der Selbstauflösung und Wiedervereinigung Deutschlands unterlad das Vermögen des MFS gemäß dem Treuhandgesetz der Treuhändischen Verwaltung. Durch Treuhandanstalt UKPV. Die Auflösung der Staatssicherheit war mit der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 aber nicht zu Ende. Am 29. Dezember 1991 trat das Stasi-Unterlagengesetz in Kraft, das der Deutsche Bundestag mit großer Mehrheit verabschiedet hatte. Das zentrale Anliegen dieses Gesetzes ist die vollständige Öffnung der Akten des ehemaligen Staatssicherheitsdienstes. Insbesondere der Zugang der Betroffenen zu den Informationen, die der Staatssicherheitsdienst zu ihnen gespeichert hat. Erstmals bekamen damit Bürger Gelegenheit, Unterlagen einzusehen, die ein Geheimdienst über sie angelegt hatte. Sichergestellt wurde dies durch das eigens hierfür eingeführte Amt des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR. Nach den Leitern oft auch Kurzgaub bzw. später Birtler und Jahnbehörde genannt. Im April 2006 erklärte Marianne Birtler, damalige Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes, das ehemalige Hauptamtliche, mittlerweile in Verbänden organisierte Mitarbeiter des MFS versuchten, das Ansehen der DDR im Allgemeinen und der Stasi im Besonderen zu schönen, die Tatsachen umzulügen. Sie zögen auch daraus, dass es bei 30.000 Ermittlungsverfahren gegen MFS-Mitarbeiter nur zu ca. 20 Verurteilungen kam, den zynischen Schluss, so schlimm könne es nicht gewesen sein. Es habe nur deswegen kaum Verurteilungen gegeben, weil in einem Rechtsstaat nur Taten bestraft werden dürften, die zum Zeitpunkt ihrer Verübung bereits gegen Gesetze verstießen. Wenn also damals zum Tatzeitpunkt kein Verstoß gegen DDR-Gesetze vorgelegen habe, könne heute deswegen nicht verurteilt werden. Nur bei nicht als Straftaten behandelten Schwerverbrechen und Tötungsdelikten, wie beispielsweise bei der Ausführung des Schießbefehls, käme das Prinzip zum Zuge, dass Unrechtsgesetze von Diktaturen keine Geltung haben könnten. So sei es leider Fakt, dass es bei Unrechtshandlungen des MFS gegenüber Gefangenen oder Observierten, die zu Opfern der Zersetzungsmethoden des MFS wurden, nicht zu Verurteilungen kommen könne. Nach den Bestimmungen des Stasi-Unterlagengesetzes ist die namentliche Nennung von IEM zum Zweck der Aufklärung und der Forschung zulässig. Im März 2008 erwirkte Holmsinger vor dem Landgericht Zwickau eine einstweilige Verfügung gegen die von Edmund Kebisch organisierte Ausstellung Christliches Handeln in der DDR. Die Ausstellung wurde daraufhin vorläufig abgebrochen. Der Rechtsstreit wurde durch das Landgericht Zwickau am 24. März 2010 durch Versäumnisurteil beendet. Es ist nicht zu beanstanden, dass die Vorgehensweise des MFS gleichsam auf den Einzelfall personalisiert und die Tätigkeit des Beklagten durch den Kläger unter voller Namensnennung konkretisiert wird. Gerade die anhand von Einzelschicksalen erfolgte Konkretisierung dient bekanntermaßen dazu, dass sich auch historische Leihen leichter in ansonsten schwer zu verstehende historische Themen einarbeiten. Die konkretisierende Darstellung ermöglicht es mithin, das ganze Ausmaß der Verstrickung des MFS anhand eines Einzelschicksals deutlich zu machen und aufzuzeigen, auf welche Art und Weise das MFS in der Lage war, selbst relativ geschlossene oppositionelle Kreise zu unterwandern und zu manipulieren. Stasi-Kader betreiben auch Jahrzehnte nach der Auflösung des Geheimdienstes Geschichtsrevisionismus, verklären und schönen die SED-Diktatur und versuchen, die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen und frühere Opfer zu diffamieren.